So, serz grüßt euch und herzlich willkommen beim neuen Gaming Gags Become Human. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schnabonnieren, abonnieren, liken und kommentieren. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow. Der ganze Scheiß kostet euch gar nichts. Und mir hilft es vielleicht eines Tages beim Wachstum. Also, viel Spaß, los geht's. Ja, es geht da weiter. Es geht weiter. Mit Alice. Alice, Alice im Wunderland. Aufstehen. Maus. Maus. Kalle, die Geschichte hierher musst du sehen. Das ist so wild gewesen. Feuer entfachen. E benutzen. Nach links. E gedrückt halten und gleich zur Richtung. Maus drücken und nach links gehen, oder? Ja. Ich finde etwas Holz schon wieder. Aber lass uns mal nach ihr sehen. Überprüfen mal den Puls. Geht's dir gut? Nicht aufwecken. Lass sie schlafen. Wir überprüfen noch den Puls, ob's dir gut geht. Alice, Alice im Wunderland. Lass uns etwas Holz finden. Wir nehmen am besten den Tisch. Ein Spielautomat. Können wir rausgehen? Ne, ich gehe nicht raus, oder? Lass uns etwas Holz finden. Hier ist doch Holz da. Nehmen. Ich muss sagen, das taugt mir echt, das Ganze. Voll witzig. Ablegen mit einem halben Mausrad. Okay. Einfach reinschmeißen. Feuer entfachen. Warte, bis Alice aufwacht. Ne, ich gehe da rein und schaue, ob der immer noch da ist, der Typ. Und zeichnet. Ne, der ist nicht mehr da. Wo ist er da hin? Was hat er denn gemacht hier? Da ist noch etwas. Was ist denn hier? Schauen. Oh Gott. Vogel. Okay. Ja, das haben wir gesehen. Armbanduhr. Okay. Okay, das haben wir auch gesehen. Geld. Wer Abraham sagt, muss auch Bebram sagen. Komm, wir stehlen das. Na klar. Ey, ich meine, schon da liegt, verlassen. Jetzt kommt der andere und schimpft uns, oder? Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, Kalle? Hier ist noch was. Hier. Untersuchen. Weißt du, warum ich Geld genommen habe, damit wir da klein was zum Essen kaufen können. Zurücklegen. I'm alive. Wir müssen da klein was zum Essen kaufen, sag ich dir. Sonst geht das nicht. Wir müssen auf ein Mädchen hier aufpassen. Aber was ich alles getan habe, um herzukommen. Kalle ist krass. Detroit Today. Erster Android. Enzo wird eröffnet. Schau mal. Enzo wird eröffnet hier. Cyber Alive. Okay, okay. So. Jetzt gehen wir mal hoch. Da waren wir, da waren wir letztes Mal. Ich durfte aber noch nicht hoch. Jetzt, jetzt gehe ich direkt hoch. Ändere den Aussehen, schneide deine Haare. 0,4 Prozent der Welt, 96 Prozent des Reichtums. Ja, kenne ich. Boah. Finde ich gut, dass ich so einen Alpha-Kontakt habe mit Tycho. Schön, dich kennengelernt zu haben, Tycho. Komm. Aussehen ändern, ab ins Bad. Haare schneiden. Vielleicht ein bisschen blondieren und so. Schauen. Nehmen. Oh, kann ich jetzt das selber? Haare schneiden, Kuh. Aber nicht zu kurz, bitte. Sonst mag ich nicht mal weiterspielen. E. Nein, 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 nein. Nicht zu kurz. Mach sie doch länger. Dann sieht man doch deine Haare. Oh. Mein Ponytail. Oh Gott, nein, ich will nicht mehr das Spiel spielen. Alte, vier. Kannst du nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Äh. Ich weiß nicht. Schwarz. Wie geil. Wie schaut denn, wie schaut denn, wie schaut denn, wie schaut denn Weiß aus? Ja, gell, wäre doch gigantisch so. Braun. Ne, also ich finde Weiß schaut krass aus. Weiß schaut krass aus. Yo. Aber kann man die nicht noch nachwachsen lassen? Alter. Jetzt kann man nicht mehr sehen, dass das sind Androides oder was? Was ist denn hier? Komm, wir gehen duschen. Können wir duschen? Öffnen. Ist der andere da oder der Pentuch da oder der andere? Leider kann ich nichts mehr machen, Kalle. Scheiße, was ist hier? Wir müssen hier schnell weg. Wir müssen hier schnell weg. Panik. Was ist da draußen? Was passiert? Oh, die Polizei ist da. Wie krass. Wo könnt ihr hin sein? Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich hab keine Ahnung. Schöne 2.30. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam. Und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Pah, Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Ach du Scheiße, Oida. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Kommt. Kommt, setz euch. Der Typ, ne? Komm, hinsetzen. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Komm, wir spielen mal. Oh Gott. Komm, wir spielen mal kurz mit. Das wird ganz toll. Ja, wir sind dann zum Essen eingeladen. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Ja, es muss jetzt ein bisschen tranchieren, dann geht das schon. Warte, Mutter, kleines Kind. Bitte, Carol. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Sie sagte, es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralfing, den Besten, den Größten, der da war. Scheiße, Alter. Das wird ein köstliches Mal. Oh Gott. Köstlich. So schaut es aus, wenn Kalle kocht. Mach schon. Bis. Bäh. Ich glaube, wir müssen uns was einfallen lassen. Klingel an der Haustür. Ease. 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 Ich hab die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein. Nein, er war schon so, als Ralf ihn fangt. Du hast ihn getötet, Ralf. Hör doch auf zu lügen. Du hast Menschen, aber du bist wie sie. Du bist ein Mord. Ralf wollte mich etwas Böses tun. Oh Gott. Jetzt wieder durch. Nein. Es ist nur... Ralf hat immer so wütend. Wenn seine Wut kommt, Also er ist selbst der Ralf, ne? Er weiß Ralf nicht mehr, was er tut. Er spricht mit der Person von sich, Kalle. Er denkt nicht mehr nach. Moin, Sanni. Ist voller Hass. Ralf tut es leid. Er wollte nur euer Freund sein. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Scheiße. Oben verstecken. Schnell. Am Zaun klebt blaues Blut. Fuck, Mann. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Wie? Jetzt muss ich mit ihm spielen? Ich muss versuchen, dass er uns nicht findet. Wie mache ich das? Verdammt. Untersuche die Abweichlerspur. Nee, ich darf nicht. Ich muss mit ihm versuchen, das zu machen, damit... Damit wir uns nicht finden hier. Das ist ja voll verzwickt hier, Alter. Verdammt. Was machen wir? Wieso leckt das Spiel dauernd hier so krass? Heimlich gucken. Androiden im Haus. Aber wir sagen es ihm hängt nicht. Wir müssen vergessen, was passiert ist. Wir müssen sterben. Nochmal. Und der Chip muss gelöscht werden. Alles, was wir herausfinden, muss sterben. Muss gelöscht werden. Wir dürfen da nicht ins Haus, Alter. Verdammt, wir müssen mit beiden Gleitere spielen. Wie komme ich aus dieser Lage jetzt raus? Kann ich da nicht hoch? Nee. Hier ist nichts. Na gut, da müssen wir mal gucken. Hier ist das Einzige, was wir machen. Öffnen. Öffne die Tür. Steuerung. How do you can? Jetzt halt. Scan den Androiden. Was ist denn mit dem blauen Blut da eigentlich? Am Soundclip blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralph's Blut. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Scheiße, ich will nicht nach ihm fragen. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Ich will diese Frage nicht stellen. Ich muss sie stellen. Nein. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Okay, wir gehen. Fuck. Komm, wir schauen, ob jemand mit diesem Greg gespielt hat hier. Kuh. Krass. Hinweise. Was ist hier? Datum analysiert. Datum analysiert. Prozessor LED. Hinweise auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbsterstörung und Mittel. Was ist hier? Was ist hier? Modell WR 600 Gärtner. Seriennummer. Hey, das ist Tycho. Tycho, du spielst, du spielst mit Tycho. Modell Tycho. Seriennummer Tycho. Zustand als vermisst gemeldet. Main. Tycho spielt hier mit, wusste ich gar nicht. Was ist denn der dritte Hinweis? Haben wir doch schon. Hier auch schon. Der dritte. Ich kann doch gar nichts mehr machen. Hier oder was? Ach, hier auf der Seite. Brandfleck. Irreversibler Hautschaden. Mögliche Ursache. Doppelpunkt. Extreme Hitze. Finde heraus, was den Andrieten so stresst. Stress Level. Überprüfen. Jetzt hat er. Hier ist niemand. Wo sind sie hin? Hier war auch niemand. Scheiße, die Steuerung jetzt hier. Was ist hier? Was ist? Die Steuerung ist hier wild. Hallo? S drücken. Genau, S. Und dann? Was ist mit dem Feuer da? Feuer. Kuh. Nein. Welche Richtung? Ich sehe das nicht mehr. Wo muss ich mich drehen? Wo ist das Charakter? Hier. Hallo? Androiden brauchen keine Wärme. Da haben sie recht. Da haben sie recht. Tisch. Tischgedeck für drei. Androiden essen doch nicht. Oder? Ich will da hingehen. Steuerung. Ich will da... Wo bin ich? Da. Das will ich sehen. Das perfekte Werkzeug, einen Zaun durchzuschneiden. Okay, wir haben das gesehen. Ich will nicht hoch. Ich will nicht hochgehen. Ich habe ja alles gesehen. Wir müssen hoch. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, warum das Spiel so lenkt. Immer wieder gibt es komplette Freezes. Ist jemand da oben? Nein. Nein. Niemand. Android, sag die Wahrheit. Ja, dann gehen wir wieder. Ich darf hier nicht mehr hochgehen. Geht doch nicht. Hab ich das schon gemacht. Ich kann nicht mehr hoch. Die Kamera erlaubt mir nicht mehr hochzugehen. Schau. So? Nee. Jetzt hat er. Ach, ich musste das triggern. Was zum Hüllen machst du? Hast du was gefunden? Nein, negativ. Nein. Nein, hier ist nichts. Ich musste nochmal kurz zur Treppe hin. Ja, genau wie du es gesagt hast. Los. Und das Event triggern. Obwohl ich vorher schon bei der Treppe zweimal war. Aber ich habe jetzt, nachdem ich das dritte Mal war, den halben Meter zur Treppe hingemacht, hab das Event getriggert. Krass. 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 Beschütztes Mädchen. Die Menschen dürfen das nicht finden. Ja. Machen wir. Wird gemacht. Von Harry Potter? Okay. Mir kommen einige Synchronsprecher bekannt vor. Sehr, sehr gut gemacht. Nur ist es nicht ganz synchron mit den Lippen. Geil, Mann. Genau richtig gelaufen. Puh, zum Glück, ey. Perfekt, perfekt, perfekt. Super, super gelaufen. Wie heißt denn die Mission? Ich muss das ja machen. Die heißt, Auf der Flucht. Super. Jetzt geht es weiter. Mehreren Quellen zufolge hat Cyberlife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Haben wir schon gesehen. Es werden zwar schon seit einigen Jahren... Oh, er ist schon wieder. Hat die aber gut erholt. Ja, zum Glück, Tycho, wurde sie nicht gefunden. Genau, richtig. Also ich habe sie beschützt. Oh, ich muss Shift halten. Warte. Ich wollte gerade umsetzen. Ich muss Shift halten, Shift halten und dann? Okay, das ist ein Symbol. Ja. Loslassen darf ich los an das Shift? Ja. Nächstes Graffiti, nochmal Shift. Alles klar, und bei dir? Eine Mami? Ja, habe ich schon mal gehört. Den Film habe ich aber nicht gesehen. Hier ist was. Lesen. Tech Addicted. Cyberlives Wahrsager Computer. Seite 2. Okay. Verrückt, oder? Wir müssen beim nächsten Spiel mal, der wird echt neu starten. Das ist echt komisch, wie wir hier lenken. Folge dem Jericho. Ja, der Brandon. Ja, der ist gut, Mann. Komm, gib dem doch mal einen Cent. Was kann ich hier noch machen? Hier aktuell nichts. Kann ich mit keinem... Finde das Graffiti... Kann ich mit keinem reden hier, oder was? Ja, da ist das Graffiti doch ganz fest an der Wand, die ganze Zeit. Das ist doch ganz fest an der Wand, das ist genau das, was ich in der Hand habe. Hier. Shift. Hier, guckst du, vergleichst du. Da ist doch. Halte folgende Taste gedrückt, um das Graffiti zu entfernen. Tutorial. Welche Taste? Shift, oder was? Und dann? Finde folgende Symbole. Das ist ja komisch. Weiter weg geht, vielleicht geht es ja einfacher. Finde folgende Symbole. Ein Null von Eins. Hier, da, 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 da. Scannen. Hinweis aktualisiert. Jetzt geht es weiter. So muss das sein. Finde dieses Graffiti. Habe ich gefunden. Okay, und jetzt? Folge dem Weg. Finde das nächste Graffiti. Welches? Das ist so ein Auge, oder was? So ein Tigerauge. Tigerauge. Wie sieht das aus? Mhm. Wir müssen die Graffitis hier finden. Das ist das Schlimmste, das Beste hier. Das sieht echt aus wie so ein Löwe. Komm, wir fahren erst mal runter. Vielleicht gibt es noch mehr Graffitäen. Hier sind noch welche an der Wand. Da ist es doch. Da ist doch der Löwe. Komm, wir sprechen kurz mit dir. Hallo? Komm, wir fragen, wir sprechen noch mit dir. Ich will mit allen sprechen. Da ist das Graffiti. Habe ich schon gesehen. Da ist der Löwe. Wie hakelig die Steuerung ist. Ich will zu dem Löwen eigentlich hin. Hier stehe ich mich mal kurz ein bisschen weiter weg. Vielleicht geht es dann einfacher. Eigentlich ist das Symbol ganz links. Das heißt, das Symbol nochmal. Hier. Ja das ist noch mal beim Löwen oben, ich habe schon gesehen das Symbol ist da. Was ist denn jetzt? So eine Hausecke mit so einem Stern. Ok und nochmal das Ding, Stern, symbolisch nochmal Stern, ok. Den Hoppefilm habe ich auch nicht gesehen, Sinkri. Gehen wir mal, suchen wir mal diese Straßenecke da. Aber wir fragen mal nach, hier, hier, was ist denn mit Jericho eigentlich? Hast du Jericho gesehen? Komm wir gehen da rüber. Hast du Jericho gesehen? Somit kommen wir zum Ende dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, schnapp abonnieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, drop and follow, sagt hallo. Euch kostet es nichts und mir hilft es beim Wachstum. Also bis zum nächsten Mal. Servas. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020